Solon Frogampi Ihr habt gesehen, der Schritt ist auch richtig gut und er ist dicht dran am Trab Den werden wir sicherlich auch bald finden Auch seine Galoppade ist sehr, sehr gut Es ist ein Pferd, was mega Spaß macht zu reiten Der nimmt einen richtig mit, mit seinen großen Bewegungen, die fließend durch den Körper laufen Und mit oder ohne Züge dieses Pferd töltet einfach immer taktklar mit richtig guten Bewegungen Das heißt, neben dem Sport ist er auch als Freizeitpferd für den Luxus-Freizeitreiter geeignet Und man muss gar nicht viel können, um dieses Pferd zu reiten Denn vom Temperament ist er sehr angenehm, eher ruhig, lässt er sich zur Arbeit auffordern Ein braves, unerschrockenes, schönes Pferd zum Freizeitreiten und viel, viel mehr Und wenn er euch genauso gut gefällt wie uns, uns hat er richtig geflasht Dann meldet euch die Daten dazu, findet ihr oben im Video Dann ist fertig Dann ist fertig Dann ist fertig